Wenn du dich von all diesen Verstrickungen, Verklettungen, von Überzeugungen über dein Leben, über dich und über deine Person, über die Regeln des Lebens gelöst hast, kommt ein Leben für dich raus, das wirklich, wirklich für dich gedacht ist. Und zwar in absoluter Liebe, Bedingungslosigkeit, Leichtigkeit, Fülle und Reichtum. Und so ein Leben in dieser Qualität ist die Idee gewesen, mit dem wir hier auf Erden gekommen sind und all diese Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, in Liebe und Leichtigkeit zu nutzen, um mehr Göttlichkeit hier zu kreieren. Das ist die Idee, die göttliche Idee für unser Sein hier. Ich bin mir ganz, ganz sicher, weil alles andere fühlt sich nicht gut an, fühlt sich nicht richtig an, fühlt sich schlecht an. Und deswegen mache ich euch dieses Angebot. Divine Money kostet normalerweise 3000 Euro und ist ein zwei-, also achtwöchiges Programm. Jede Woche ein Call, Austausch und Unterstützung in der Facebook-Gruppe, wo ich jeden einzelnen Teilnehmer dazu bringe, sein eigener Heiler zu werden und diesen heilenden Raum erschaffe, alle Themen in die göttliche Ordnung zu transformieren. Und das tue ich nicht für dich, aber ich eröffne den Raum, in dem du es selber kannst und lernst, es für andere zu tun. Und darum geht es mir, darum geht es mir, den Heiler in dir, in jedem von uns zu entdecken und nicht zu denken, ich muss mit Hands-on jemanden heilen. Nein, zu verstehen, wie es geht, einen heilenden Raum, einen bedingungslos geliebenden Raum für andere zu eröffnen, wo Heilung entstehen kann und wird. Aber es hat nichts mit einem selber zu tun, mit mir, Patricia Lender, als Heilerin, sondern mit mir, Patricia Lender, die diesen Raum eröffnet und zur Verfügung stellt, in dem jeder seinen eigenen Heiler entdecken kann und damit die Welt heilt. Und dieses Programm gebe ich dir, wenn du es buchst, bis zum Sonntag für 1500 Euro. Und was ist da drin? Denn alles, was da drin ist, hat einen Wert von 2067 Euro. Und zwar packe ich da noch mit rein, ein Kongresspaket für Heilung in der neuen Zeit Premium. 15 Vorträge, 10 Workshops, alles live, alles aufgezeichnet, plus Experten-Diskussionsrunde, das ganze Package hat einen Wert von 569 Euro. Ich packe dir noch zwei Cup Kundalini Activation Prozess Sessions rein, Wert 100 Euro. Und ich packe dir noch zweimal die beiden Healing, das sind vier Sessions, mit einem Wert von 1298 Euro rein. Und wenn du nur das konsumierst, ohne mein Coaching acht Wochen lang, ohne meine Unterstützung acht Wochen lang, hast du schon einen Wert von 2067 Euro für dich generiert. So, wie geil ist das denn? Also, du zahlst 1500 Euro, hast ein vier Wochen super Intensiv-Coaching, löst all deine Themen auf, erlaubst dir den Geldfluss, den du brauchst für dein wahres göttliches Wirken auf dieser Erde und die Schönheit des Lebens, die Leichtigkeit, die Annehmlichkeiten des Lebens, die dir Geld ermöglichen. Und gleichzeitig wirst du diesen Heiler, diese Heilerin in dir entdecken, die es dir erlaubt, für andere auf deine Art und Weise den heiligen Raum zu eröffnen. Und das Schöne ist, wenn du dort eintrittst, du trittst in eine Welt, in Sphären ein, von denen du gar nicht glaubst, dass sie möglich sind. Und zum Beispiel dieses Heilen, dieses Heiligsein, diese heiligen Räume, diese Klarheit ist mir eben auch in einer heiligen Session gekommen, die ich selber für mich genossen habe, wo ich die klare Nachricht bekommen habe, du darfst heilig sein, eröffne heilige Räume. Okay, was heißt denn das? Weil wir immer so, diese Worte, die uns kommen, die sind ja erstmal belegt. Wir müssen die ja erstmal klären und klar machen und rein machen. Heiliger Raum, hä? Oder der normale Verstand würde sagen, what for ein Bullshit ist das Gelaber. Aber da reinzugehen und die wahre Nachricht, die Message dahinter zu erkennen, das erwartet so viel Bedingungslosigkeit und Offenheit von einem selbst, um dann zu erkennen, ja genau, das ist ja richtig, das will ich ja, das spüre ich ja, das fühle ich ja so fest. Und das ist so wunderbar, wenn es immer mehr und mehr passiert, passieren darf, nur weil du es zulässt, passiert es. Und in allen Programmen, die ich bis jetzt gehabt habe, ist es immer mehr und mehr passiert. Und es ist so viel mehr passiert, als ich mir jemals erträumen habe lassen. Insbesondere, weil ich so viel mehr einfach nur zugelassen habe in diesem heiligen Raum. Und weil ich mein Ego und mein Sein so viel mehr immer dort rausgenommen habe. Und das ist einfach so eine wunderschöne Erfahrung, die so viele Frauen schon teilen durften. Und die ich ganz vielen Menschen jetzt ermöglichen möchte. Und deswegen, buche wirklich bis zum Sonntag für 1500 Euro das Divine Money Programm. Und bekomme schon allein an Boni einen Mehrwert, der mehr wert ist, als du bezahlt hast. Und mach dich auf diese Reise. Und ich ermögliche dir sogar noch Ratenzahlung für dieses Programm. Entweder bezahlst du dreimal 550 Euro oder viermal 440 Euro. Und ich schwöre dir, du kannst es dir möglich machen. Ich schwöre, du findest einen Weg, diesen Weg für dich zu gehen. Und deinen Weg zu eröffnen. Und das ist so ein grandioses Angebot. Und ab dem Montag, ich glaube am Mittag, mache ich es dann zum Normalpreis. Und selbst dann für 2067 Euro Boni und dann für ein zwei Wochen Coaching, äh, zwei Monate Coaching irgendwie die Differenz von nicht mal 950 Euro zu zahlen. Hallo. Und das ist mein Divine Angebot für deine göttliche Reise zu dir selber. Die, die du hier bist, die du das Video jetzt hörst, die du das vielleicht in der Aufzeichnung hörst. Ähm, ich find's der Hammer. Und ich freu mich, dass ich auf diese Art und Weise ganz, ganz viele Menschen möglich gemacht hab, mitzureisen. Und ihre eigene, in unserem Raum, in unserem gemeinsamen Raum, ihre eigene Reise in komplett göttlichem Schutz anzutreten. Und, ja, durchzugehen, zu reisen. Und, ja, durchzugehen, zu reisen. Und, ja, durch subdivision. Ja, durchzie soused's. Vielen Dank.